wo verkaufen wer von mir an er hat die er hat so richtig langweilig jetzt haben wir es wieder was wird man darauf ja das weiß ich habe zurück was hätte ich denn gerne 20 verkaufen würde hier so ein scheiß hätte ich dir gerne verkauft verkaufen verkaufen kaufen werden nicht verkaufen verkaufen das aber verkauft verkaufen 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 Weiter geht's mit Sonstigem Denn da habe ich hier ganz viel Verkaufen 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 Dafür brauche ich auch eine Truhe Oder eine Kiste Da gehe ich jetzt gleich mal irgendwo suchen Holzschalen Was finde ich denn damit? Holzteller Forkazahn Die brauche ich gleich Mammutstoßzahn Totenschel Das ist doch irgendwo irgendwas spannendes Bekleidung, ja klar Alter Nordheim, tschüss Rüstung, tschüss 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 Tschüss, tschüss Tschüss Tschüss, tschüss Tschüss Ja, jetzt hat er kein Geld mehr, aber Tschüss Ja, tschüss und jetzt vor allen Dingen für mich, tschüss, weil das bringt mir hier nämlich gar nichts mehr Warte mal, bringt hundertprozent schneller? Kosten weniger Kosten weniger, okay Die kann ich mich auch mal wegtun, die Maske, die zweite Die Vokummaske Die kann ich mal wegtun Da habe ich mich endlich mal wieder gut platzt, dass ich hier mal ein bisschen was machen kann Ähm, hier brauche ich eigentlich nichts, oder? Ja, hier kann ich, glaube ich, keine Kleidung verkaufen Lass es mich wissen, wenn euch etwas gefällt Was bedeutet Ihr seht etwas blass aus Könnte sich um eine Attach Werft einen Blick drauf Hat ich geahnt Wenn ihr ein Heilmittel braucht Ja, 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 sei leiser Ich habe gerade keine Zeit für dich Wir gehen jetzt nochmal in mein Haus Werden den letzten Scheiß wegbringen Dann gehen wir nochmal eben bei dem Spieter hin vorbei Der hoffentlich uns die letzte Kleidung abnimmt Und dann Machen wir uns auf So, welche Kiste machen wir wofür? Ich weiß es noch nicht Ähm Ja Hier war doch irgendwo eine Ne, hier Kommode, aber ich möchte lieber das Ja, hier Beistelltisch Papierrolle Ähm, was möchte ich denn hier weg haben? Was habe ich denn gerade gesagt? Bücher schlüssel, sonstiges Schriftvoll? Nein, doch, sonstiges war doch irgendwas Hier, genau Wir machen hier mal so ein Barrenlager Also Erze, Barren Und Edelsteine Erze, Barren, Edelsteine Einmal Und Fug Ja, Leder, Leder auch Ja Finde ich jetzt Ist mir jetzt egal Ich tue das jetzt alles hier rein Ja, hier Felle Leder So einen Scheiß tue ich da jetzt Alles hier rein Ja, die Fragente hier glaube ich auch Den nicht Auch nicht Die aber So Und ach, was war die Scheiße In diesem Beistelltisch packen wir jetzt Die kompletten Seelensteine rein Nein, nicht Gold Die Seelensteine Ja So Das war's, ich glaube ich nehme mir die mal mit Irgendwer hatte mal gebeten, dass ich die mal mitnehme Hallo Tue ich das Nehme ich die mal mit Gehen wir mal zusammen mit ihr auf die Reise Aber wenn sie stirbt, kann ich auch nichts für Dann ist sie halt tot Ich habe hier einige Ich sage nicht, dass ich Werft einen Blick darauf Richtig, wir können ja schon hier verkaufen So, wir wollen den Stahlhelm loswerden Verkaufen Den Helm Ja, den könnte ich jetzt nochmal wegbringen Mach ich aber jetzt nicht Wie viele Tage das Ja So muss das sein So, jetzt haben wir hier Nämlich endlich mal Reden Guten Morgen Guten Morgen Ah, bist du süß, mein Schnückelchen Ja, siehst du Rutschblut Was? Was? Ja, was? Okay, mal eben schauen Wo war das mit der Kralle? Das weiß ich nämlich nicht mehr Die Vermisste, die Verboten Wir werden verschieden das Findet ihr bitte Irgendwas in Tillspiele Bringet ihr irgendwo mit Versuche den Schrein von der Suche Was ist das denn? Ah, verdammt Äh, jetzt muss ich mal gucken Ob ich irgendwie herausfände Wo das war Alle Nein Doch, eigentlich auch Gar nicht Da ist die Kralle Kobold Korallen dran Genau, scheiße Steht nicht wo Das steht nicht wo Das steht nicht wo Das ist schlecht Also ich glaube Ähm Eventuell War es Bring Eins Der Spiegel Da ist War irgendwas mit dem Buch Besuche den Schrein Das könnte es gewesen sein Bringet ihr ungewöhnliche Edelzeiten zu einem Schätzer Aha Finde der Schät des Roten Adlers Aha Bringe Iglasse zu Janika Aha Erkunde die Baden Akademie Aha Das haben wir jetzt hier Mehr und paar Euro Oh Gott, das ist das lange her Finde die Energiequelle für Vollskühl Stieß Dicht dem Aufstand der Sturmmittel an Verbotene Legende Verbrechen Vorstellige Legende von Tarodoo Aha Was ist das hier Ach Richtig Da waren wir das letzte Mal dabei Ach dunkle Bruderschaft Sorry Leute Wir werden unseren Plan ändern Wir machen jetzt unsere Dunkelbruderschaft weiter Hab ich ja völlig vergessen Dann kann ich sie aber auch nicht gebrauchen Oder mache ich das jetzt nicht Ne Wisst ihr was Ich mache die Dunkelbruderschaft jetzt nicht Die machen wir dann das nächste Mal weiter Jetzt machen wir mal eben hier das hier Das müsste der Schrein sein Ich glaube das war der Schrein Habe ich irgendwie eine Information Wo der Schrein ist Schrein von Eurasura Nein Ich sehe wo ich war Sehr schön Und da sind überall neue Schreie für mich Das fällt mir gerade so nebenbei auf Ja Sehr schön Da kann man echt alle abgrasen Sehr schön So jetzt habe ich aber trotzdem das Problem Dass ich keine Ahnung habe wo ich das überhaupt machen muss Ich habe keine Ahnung Leute Das heißt wir werden jetzt doch mit der Dunkelbruderschaft weitermachen Denn Ich habe absolut keine Ahnung Vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren schreiben Weil ich weiß es nicht Ich habe keine Ahnung Da Doch wir können zu Ne das kann aber nicht sein Ne 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 das kann nicht sein Wir haben von niemandem den Auftrag bekommen Da hinzugehen Das war nicht das mit der Kobalt Kralle Die Kralle war woanders Ich weiß sogar noch von wem wir die Kralle Ne haben wir die? Ne Oh scheiße Oh scheiße Dam 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 Ervorstell dir gerne noch in Kommen Finde das Schwert des roten Adlers Was wer ist denn der rote Adler? Keine Ahnung Wissen wir was Gucken wir wo ein Schätzer ist Ja Weiß ich Kann ich gar nicht sagen Super Machen wir auch irgendwann anders Leute ich habe keine Ahnung Wir werden jetzt Achso ich muss das ja anmachen Moment Können wir jetzt sagen Ah er sagt mir sogar wo ein Schätzer ist Das finde ich doch gut Wo ist denn hier ein Schätzer? Da In Riften Ist ein Schätzer Ja Gut dann gehen wir nach Riften Und gucken mal ob der Schätzer uns irgendwie sagen kann Was das für ein komischer Stein ist Denn da scheint sich ja eine Geschichte drum zu verbergen Ja Scheint es zu tun Stufe 13 gerade mal Naja Naja gut ok Ich erinnere mich an die Stadt Da waren wir kurz Aber Hä Äh verstehe ich nicht Der ist nicht hier drin oder was? Oh siehe da an Acht Masken Ich hab nur zwei Hat das irgendwas zu bedeuten? Vielleicht Da ist er Die alte Frau die das Weißenhaus geleitet hat wurde ermordet Und sag mal Haltet euch aus den Angelegenheiten der Schwarzdornfamilie raus Dann lebt ihr länger Hä Haltet euch aus den Angelegenheiten der Schwarzdornfamilie raus Dann lebt ihr länger Ich bin direkt hin Wie ihr wünscht Tane Ihr seid für mich erledigt Geht mir aus dem Weg Hä Wir brechen auf Ich bin zu Hause falls ihr mich sucht Ja Ich habe keine Zeit für euch Verschwindet Es ist mir eine Ehre euch wiederzusehen Meint Tane Ja Du bist mir auch eine Ehre Scheiße Ach es ist nervig Das ist doch alles doof Wir machen jetzt weiter Was? Vermisster Sohn Komm machen wir das jetzt hier Suchen wir nach dem vermissten Sohn Irgendwann Marsch der Welt Es lohnt sich jetzt nicht noch die Diebesgilde weiterzumachen Weil ich lieber halt Am Stück die Diebesgilde Ein bisschen weiter voranbringe Und so viel Zeit habe ich nicht mehr Ach ist das nervig Geht ja alles nicht so wie ich gerade das möchte Ich äh Ja Aber es ist ein bisschen zu spät Um jetzt hier Massenweise Was zu machen Und jetzt war aber die Folge nur Sortieren Und das möchte ich euch eigentlich nicht antun Deswegen Irgendwann muss es euch noch zu reißen sein Hausgrau Mähne Schauen wir mal rein Schauen wir mal guck Können wir sonst noch etwas dazu sagen Was hier vor sich geht Thoralds Verschwinden hat uns alle schwer getroffen Aber Awulstein leidet besonders darunter Er hat Angst dass sie ihn auch noch holen Also verlässt er das Haus nicht mehr Er spricht nur noch über Thorald Bitte helft Awulstein wenn ihr könnt Es muss etwas geschehen Sonst verlieren wir alle den Verstand Passt gut auf euch auf Wen habt ihr da mitgebracht? Ihr wollt also helfen? Ja Absolut Was kann ich tun? Ich weiß dass Thorald nicht tot ist Ich weiß es einfach Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen Aber ich weiß nicht wo Diese verdammten Kampfgeborenen Sie wissen etwas Sie verbergen es Sie verspotten uns förmlich damit Sie müssen eine Art Beweis haben In ihrem Haus muss irgendetwas sein Ich weiß es einfach Ich wage es nicht das Haus zu verlassen Also müsst ihr mir helfen Welche Beweise braucht ihr? Eine Bestätigung dass Thorald nicht tot ist Sondern gefangen gehalten wird Ich weiß dass sie sie bei den Kampfgeborenen findet Sie würden den Beweis natürlich verstecken Damit nicht rauskommt dass sie die ganze Zeit über gelogen haben Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten Dass sie nachlässig werden Warum glaubt ihr dass die Kampfgeborenen damit zu tun haben? Die Kampfgeborenen Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf Ihr Rezept Und es wird das